Der erste Kommentar ist, dein bester Freund heißt er. Darf ich das Video beginnen? Ja, wie du siehst, darfst du es? Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hallo ihr kleinen Peter Liss und willkommen zu einem neuen Spitzenpart Minifalter. Heute aber nicht alleine, sondern zusammen mit Ender Schmiede. Bewertet den Part und viel Spaß! Hey Leute, wir kommen zu meinem versprochenen Video, FAQ und ja. Thanks Obama. Hi Leute, du kommst in der kleinen Runde Quick Bad Wars und dabei ist niemand, denn ich hab neun Skins. Nein, was, das war jetzt der Piet. So, dann gucken wir mal, wie viele Abos hab ich denn eigentlich jetzt, 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 jetzt. Aha, 99, kurz vor den 100, aha, 99, kurz vor den 100, 100. Silky Beef! Dann wird es bestimmt vielleicht nicht mehr lange dauern, jetzt. 100 Abos zu bekommen, alles klar, oh mein Gott, 100 Abos, alles klar, oh mein Gott, 100 Abos. Scheiße, darauf geh ich erstmal kacken. Scheiße, darauf geh ich erstmal kacken. Ja, nope, 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 nope. Wer ist dir jetzt runtergefallen? Richtig ausgelacht. Hier ist ne Trapid Chess, brauchen wir die? Ähm, pfff. Ne, brauchen wir nicht. Pass auf, bei mir ist jemand. Äh, nein. Ich bin tot. Ja, ich... Okay, das dauert. Wir spielen jetzt mal wieder Minef**ter mit dem lieben Herr Enderschmiede oder Liebe Enderbirne. Einen schönen guten Tag. Ähm. Könntest du runterkommen und mir helfen abzubauen? Nein. Es ist so, so aus Lie... Was mach ich denn? Was kann ich eigentlich? Was kannst du eigentlich? Verdammt, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Äh, und mit dem Piet, checkt mir auf jeden Fall mal ab in der Beschreibung. Verlänger. Verlänger. Äh, ja. Wo ist der? So, ich warte noch am... Äh, sie darfst du dann anfangen. Und ich hab schon angefangen, aber ich bin nicht gut. Ah, nein! Oh Gott, der gefallen. So, ich hab... Ich hab's... Äh, oh mein Gott. Ich hab's endlich geschafft. Vorbei, warte, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Kann ich alles noch... Äh, nein! Oh, nein! Ja, ich hab's geschafft. Ja! Ja! Ich hab's geprüft. Nein! Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ja, das sieht tropisch. Das sieht schon richtig geil aus, muss ich sagen. Das ist wasserrige. Und hier bei dem Piggy da, das sieht auch mega geil aus. Ich finde, das ist sogar das Schönste von allen. Nein, aber ich glaub, ich glaub, ich nehm sogar... Ich nehm das Peter. Peter, Peter, Peter. Das Peter war eine sehr hervorragende Wahl. Das kann eigentlich gar nicht... Jo, ich hab mein eigenes Peter! Komm, Peter, wir gehen jetzt auf Reisen in der Skywars-Welt. Komm, auf jeden Fall, genau. Da hab ich halt so ein Remix gemacht. Und, äh, den zeig ich euch einfach jetzt mal. Und zwar, äh, jetzt. 3, 2, 1... Ah, hier. Da. Hey Leute, mir fällt gerade jetzt erst auf, dass... ... meine Hose... ... meine Hose... ... falsch angezogen. Da. Da. Hey Leute, mir fällt gerade jetzt auf, dass bei mir eine Hose falsch angekriegt ist. Falsch angekriegt. Ach nee, ich habe auch eine Angel. Nein. Ich habe den Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Der nächste Kommentar ist von Kilaya Mahal Nobicom. Keine Ahnung, was das für ein Name ist. Aber ja gut. Erstens, werde ich angepinnt. Nein. Zweitens, wann wurdest du geboren? Nein. Wann wurdet ihr eigentlich so alle geboren? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Nein. Doch. Nein. Nein, nein, nein. Geil. Und deinem Geleck ist leicht. Oh mein Gott. Also du hast dich gerade selbst abgebaut. Ja, du hast gerade vor deinen Augen dich selbst so runtergebaut. Über mich jemand. Genau. Jetzt war es so. Glaubst du mir? Die ehrlichste Person, die ich kenne? Etwa nicht? Weil ich keinen anderen kenne. In der Tat. Der Lucky147, aka Jeremy, ist ein Freund von mir, schreibt, wann machst du endlich interessanten Content? Gar nicht. Weil ich keinen interessanten Content machen kann. Einer dafür. Ah, endlich war eine richtige Frage. Der Pete, der schreibt, erstens, bin ich dumm? Ja. Bist du dumm? Jai. Drittens, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen war Lasagne. Und jetzt mittlerweile ist es Pizza und Döner. Krasse, krasse Auswahl, gell? Ja. Jetzt auch noch One-Stacken. Oder uns verkacken. Aber ich lebe noch. Ich habe überlebt. Ja. Ich habe sogar noch zwei andere Enderperlen. Hey, bist du oben? Nein, ich bin schon wieder überlebt. Scheiße. Okay, jetzt gehe ich durch. Ach du Scheiße. Jetzt, überrasch mich ganz selbst. Nice. Oh shit, der hat ein Gierschwert. Nein. Nein. Okay, dann spiele ich halt ohne Brust. Nein. Nein, nein. Ich bin in Lava gefallen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Halt dein Maul. Aber jetzt kommt Zwiebeln-Power an die Macht. Was ist Zwiebeln-Power? Keine Ahnung. Tschüssi. Aber du machst mir halt mehr Schaden. Geh weg, geh weg. Slowcrowns. Komm schon, geh weg, du. Ich will meine Rüstung ausziehen. Alter, jetzt komm. Und jetzt kämpf ich um ein Schwert gegen dich. Und wenn du jetzt noch gewinnst, euer Gott sei. Wir bleiben nicht. Nein, wir gewinnen. Ja, schade. Ich schade. Alles klar, schon wieder ein Hacker. Ernsthaft. Schon wieder. Oh, du bist so schwer. Hä, lass ihn mal reporten. Jetzt einfach so. Also x-ray, da muss man sofort reporten, weil das ist echt ein schweres Vergehen. Sagt der das auch x-ray hat? Ja, bei mir ist es okay. Ich habe ja von Anfang an gesagt, es wäre ein Social Experiment und ja. Eine neue Runde Skywalk. Los, Peter. Du bist dran. Du bist dran. Los, Peter. Eisenschweif. Peter, das lassen wir uns nicht gefallen. Setz Ruck-Zuck-Hieb ein. Rüber damit. Peter, in Skywars hast du dich ja nicht so gut geschlagen. Aber jetzt wirst du gegen einen würdigen Trainer kämpfen. Gegen einen echten Trainer. Bist du bereit? Peter? Du willst mich herausfordern, du Hördenswürstchen. Ich werde dich schon zeigen, was du gegen meinen Titel tun kannst. Los, Peter, du bist dran. Hördenswürstchen, du hast ja mehr zu. Peter, setz Ruck-Zuck-Hieb ein. Los geht's. Nein, Peter. Zurück in den Punkt. Oh, goodbye. Fi- Di- Fi- Wut- Fi- Fi- Ru- Wasser, Fu- Ja, will ich noch etwas sagen? Hi! Okay, dann tschüss! Tschüss! Ich würde jetzt sagen, das war's für die Folge. Auf jeden Fall tschau und tschup tschup tschup. Ja, schaut auf jeden Fall mal beim Piet vorbei und tschüss! Was machst du? Dann will ich hiermit das Video beenden und tschau Leute! Okay, dann war's das für die Folge. Lass uns Like da und schaut auf jeden Fall beim Piet vorbei. Und ja, tschau! Leute! Wuhuuu! Ja, dann will ich sagen, war's das für die Folge. Lass auf jeden Fall ein Like da und schaut beim Piet und seinem Video vorbei. Und ja, tschau! Leute! Ja, tschau! Ja, tschau! Wuhuuu! Ja, tschau! 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 Ko premiers mal noch soare ich raus! Ja! Ja, tschau! Bopas, dein Voragen! Tschau! Ja, tschau!